Munition, Munition. Hast du noch Medipacks? Eins. Ich hab keinen mehr. Ich bin so ein Egoot. Und durch das Scheiß Feuer gelatscht. Boah, wie der voll am Schreien ist. Alter Schwede. Die Stimmung hier in dieser Mission ist schon wieder richtig geil. Hier ist eine Waffenkiste. Wir schicken jemanden um die Überlebenden einzusammeln und herzubringen. Sie machen ihnen den Weg frei, also gehen sie einfach weiter. Mg müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren. Was, ne Mg? Ja, eigentlich schon. Ausprobieren zumindest. Hier. Komm zurück. So Medipack. Nice. Okay. Warte. Hast du schon geschossen? Nee, noch nicht. Wir können auch auf 3 auf seinen Tank schießen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Egal. Okay, auch so. War ne geile Granate, ne? Ja, wir wurden schlecht. Da ist ein scheiß Geschütz. Schütz muss erstmal weg. Okay, gut. Weißer eine Granate. Okay, der ist ausgewischt. Okay, der ist ausgewischt. Der hat schon wieder eingeschützt. Geil, der hat sich selber eingeholt, der volle Gurt. Ja, weil ich ihn angeschossen hab. Ja, weil ich ihn angeschossen hab. Du hast gar nichts gemacht. Doch. Es ist ein Wunder, dass er nicht schon wieder tot ist. Jo, man schießt sein scheiß Geschütz weg. Er macht direkt das nächste. Hehehe. Also keiner war außer rausgespringen. Bei 2 Granaten. Okay. Fuck, hat er einen neuen wieder? Ja. Alter, der geht so auf die Nerven mit den Geschütz, ne? Ist so. Reicht jetzt? Scheißdreck hier, ne? Die Wohnung ist über ihnen. Amherst ist der Erzeuger des Virus. Es muss Hinweise dafür geben. Solche Leute zerstören die Beweise für ihre Taten nicht. Lalalala. Ähm. Hä, hier wird bei mir gerade Munitionskiste angezeigt. Ich glaub da oben kann man noch hin irgendwie. Moin. Hier oben glaub ich. Ja, wo hast du Munition oder was? Hier ist auch noch eine Kiste. Waffenkiste? Ja. Und ein Medi-Pack. Okay. Wie bist du denn da hingekommen? Kannst du hier hoch? Äh, hier. Dann musst du hier lang. Achso, ja, alles klar. Kletter du Frosch, Alter. Was soll los mit dem? Ich geh ihm kurz Munition holen, ne? Nee! Was soll los? Weitere gibt's! Explosivgeschoss eingesammelt! Sehen Sie sich gründlich um. Vielleicht wurde sie auch geplündert, aber Plünderer suchen nicht nach Dokumenten oder Festplatten. Und wenn Sie Glück haben und Amherst dort vorfinden, bringen Sie ihn mit, dann kann ich ihm ein paar Fragen. Junge, was ist mit der los, Alter? Habt ihr recht. Habt ihr nie. Man wird dir noch träumen dürfen. Tut einen auf Boss so. Oder einen auf Hard. Aber das ist eigentlich eine Wurst. Das hört sich irgendwie nach dir an. Ich hab gewusst, dass er kommt. Ich wollt grad nicht sagen. Es hat höchste Priorität, also schicke ich Ihnen ein Helikopter. Aber Sie müssen das Dach sichern, bevor er landen kann. Spielen Sie nicht mit dem Feuer. Bringen Sie die Beweise sicher zurück. Ich wollt grad noch sagen. Bestimmt kommt gleich ein Spruch von dir. Das ist der Standard. Das ist der Standard. Bäm, Junge, Bäm. Exploded. Hey, das sieht zu gut aus. Schön. Headshot Benny ist am Start. Ich glaub, ich muss nicht länger von diesem Let's Play entfernen, wenn du mit deinem Headshot Benny copyst die ganze Zeit. Wie soll ich mich dann nennen? Den Dengduri meinen coolen Namen für mich aus. Weiter so, Agent. Das Dach muss gesichert werden, damit wir die Beweise ausfliegen können. Schlacki dacki. Nee, der ist ja nicht scheiße. Ja, ich weiß. Das Headshot Benny besser. Hier ist keine Neustartzone mehr, sprich wir dürfen nicht sterben. Ja. Ja. 13.800 Punkte. Vorsicht, Granate. 2. 4. 5. 5. 6. 6. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 9. Da oben ist so ein scheiß Sniperweg, der macht kurz gut Damage. Ok, der Expo geht oben und jetzt überlebt. Kommt doch jetzt Verstärkung runter damit? Gib mir Deckung! Oh, ich bin fast tot. Mach keine Scheiße jetzt wieder. Ey, warum brennt denn hinter mir alles, Manner? Motherfucking Scheiße right now, man. Danke. Oh, Moment. Ey, hier ist überall Feuer, man kann nirgends hin. Ich kann gar nichts mehr machen. Sehr schön. Hallo. Der Sniperwegzer da oben, der ist so nervig, ne? Ich bin so schwer da oben. Ich bin so schwer da oben. Ich bin so schwer da oben auf der anderen Seite. Oh, man kann keinen Mann, ich bin so schwer da oben auf, wo man sieht. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Benne. Oh, fuck. Oh, fuck. Non-Stop-Granaten Das reißt dich mal zusammen jetzt hier Ja da oben ist ein Sniper, Wichser Ja warte, ich komm nicht zu dir Lass mal ordentlich spielen jetzt hier ohne Wiss Mach keine Scheiße jetzt, mach keine Scheiße jetzt Ja ich bin da wieder fast tot Ich mach nix Nein Du hast doch selber einen Sniper, der schießt doch den Sniper weg Ja da sind zwei Sniper Und da ist der Boss Gegner, der hat auch den Sniper Das ist eigentlich eine ganz geile Position da oben Ja für den Snipen Ja du hast ja einen Sniper, der mach Der doch auch Der ist gleich schon noch einer Ja, ne da sind noch mehr Ohne rechts ist nämlich auch noch einer Ich hab ihn Ohne rechts ist auch noch einer, kannst du den von da oben angreifen? Ne, ich seh von dir nix Mach mal Scanner an? Kann ich noch gar nicht Hier unten wo ich bin, da vorne Ja, warte Vielleicht kommt der jetzt, jetzt kommt Aber du weißt jetzt wo der ist, ja? Ja Okay Bleib da oben einfach, bleib da oben Er kommt hoch zu dir, also wo du ihn sehen kannst Das ist der letzte und dann noch der Boss Das schaffen wir man Ich glaub ein Schuss auf den Tank ist weg Weg ist er Oh, Alter Okay Der ist krass, ne? Der Roman? Der schieß doch nur die ganze Zeit mal auf mich Ey, ohne Witz Ja, ich bin schon wieder down Ey, das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Ja, du bist mit einem Schnaiperschuss fast tot Komm mal hoch zu mir schnell Junge, wenn ich jetzt rausgehe, so wie du, dann bin ich selber tot Nein, nur nicht bei Jetzt schaffst du's Ich komm dir auch entgegen Du bist so schlecht gerade Du kannst mich auch mal heilen Du seh Ich hab keine Heilfähigkeiten Ich hab auch keinen, ähm Okay Die sind doch alle nur auf mich fixiert Dieser, der schießt nur auf mich Ja, genau Deswegen Sieht man ja auch live und direkt in der Aufnahme, wie er nur auf mich gerade ballert Rausguckt und währenddessen hättest du ihm mindestens ein, zwei Schüsse geben können Aber deswegen zieht er auf mich mit deinem Sniper, ne? Junge, ich hab's auf Tape, Alter Die haben gerade gesehen, wie die Schüsse bei mir neben mir eingeschlagen sind Erzähl keinem Vielleicht war das deine eigenen Schüsse? Ich wär ganz leise, wenn man so oft down geht in einer Mission, ist schon ein bisschen peinlich jetzt Wie oft down in einer Mission, ich bin schon down gegangen Aber hier zeig ich gerade, was abgeht soll Sogar in einer leichteren Mission Ich mach's schon alleine Guck mal, ob ich ihm jetzt locker flogged Fählshots geben kann Ja, aber keine Scheiße Sieht so, guck mal 5.000 Schaden 6.000, guck mal Push dich nicht so, push dich lieber jetzt nicht so Wenn ich jetzt hier nicht reingestürmt wäre Und ich 15 mal gerettet hätte, wär hier gar nichts am Start gewesen mehr Du geifst mich auch mal, hey So, alleine getötet Ganz alleine Jede hat's gesehen Eigentlich müsste man dir dafür die Sachen wegklauen Wenn's gehen würde Du hast nichts gemacht Nee, überhaupt nicht, Luschi, ey Larry Montana, du, ey Ich hab alles alleine gemacht, ich hab die ganze Zeit auf mich gemacht, damit du in Ruhe abstauen kannst Stimmt, als du auf den Boden gelegen hast, oder? Ja, warum lag ich denn auf dem Boden, warum? Weil die nur auf mich geschossen haben Mhm, genau Es ist schön, dass man bei mir einen Videobeweis hat, bei dir nichts Außer deine große Klappe Ich hab einen Clip aufgenommen Du bist so schlecht, ey Du bist so schlecht, ey Warte ab, in der nächsten Mission wirst du wieder so aufsterben Mhm Und dann helfe ich dir Vor allem wieder Ach, ist es nicht so? Ne Okay Anhörst Notizen ändern eindeutig alles Was für ein Arschlach Ich wusste immer, dass er ein übler Kerl ist Ich habe den Bericht hochgeladen Ey, ich hab ne AUG Ist schon geil, oder? Die AUG Ne, die AUG ist voll geil Die AUG ist schon geil Was kannst du eigentlich? Ich bin auch hochgegangen, um mich zu boxen Hier lag ich das erste Mal Wir können jetzt eigentlich einen richtigen Rundgang machen Wo lag Kenny am Boden, alter Und wie oft Hier lag ich Ja Und da vorne lag ich auch Boah Aber ist gar nicht so schlimm auf dem Boden Fischgesichter Wo läufst du denn hin? Was? Nichts schon gut Ich geh zur Operationsbasis Fisch Okay Selber Fisch, ja Ich muss immer meine Hose ausziehen Dein Mond, Junge Das will niemand wissen Du bist so eklig Warum? Das will niemand wissen, Mann Sie leisten gute Arbeit Machen Sie Wörter so Machen Sie Wörter so Machen Sie Wörter so Du bist so scheiße, Alter Ich bete für Sie Ich bete für Sie Ja 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 So Medizinischer Früh Bauen wir auch noch mal kurz aus Sicherheitsflügel Ich habe nur 120 Punkte Ich kann gar nichts ausbauen Ich kann gar nichts ausbauen Scheiße Ich kann gar nichts ausbauen Ich kann gar nichts ausbauen Okay Ja Geil, Mann Ich habe jetzt die Mods freigespielt Teilweise Für meine Fähigkeiten Ich habe schon voll viele Mods freigespielt Ah komm, Lava, keine Scheiße Ich habe hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Fähigkeiten. Geil, Mann. Ey, willst du nicht vielleicht Hilfsposten nehmen oder hast du das noch nicht freigeschaltet? Ich habe schon noch alles ausgegeben. Also hast du Hilfsposten nicht, ne? Was? Hilfsposten. Keine Ahnung. Als Empfähigkeit. Keine Ahnung. Weil es ist viel besser als diese Heilungsdingen. Was ist denn das? Da steht, setzt einen Hilfsposten ab, der Verbündete heilt und ausgeschaltete Verbündete wiederbeleben kann. Das ist so ähnlich wie bei Battlefield, glaube ich, dass du so einen Medi-Pack auf den Boden schmeißen kannst, der dich dann so heilen kann. Ja, kann ich ja mal ausprobieren. Was machen wir jetzt, boi? Wir verabschieden uns jetzt hier erstmal, denn das war es an dieser Stelle, Leute. Danke erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Lass gerne ein paar Likes flattern. Achso, übrigens. Genau. Obwohl, nee, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Denn ich habe jetzt für diese Folge, habe ich nämlich schon eine Überschrift, das würde nicht mehr reinpassen in die Videofolge. Deswegen zeige ich euch das einfach beim nächsten Mal. Und zwar ein kleines Easter Egg. Pssst, ruhig, nicht verraten jetzt. Okay, ich weiß, was du meinst. Wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Dann diese Folge muss ich nennen, alleine gegen alle. Oder so ähnlich.